Hallo Leute, willkommen zurück bei, wow, ich muss raus den Controller und Wario pennt schon ein. Ähm, ey, Wario, aufzuschlafen! Was? Ist der falsche Controller? Ah, die zwei Controller umliegen, so. Super vorbereitet, wie immer, bin ich hier wieder zurück. Ähm, ja, hab schon länger kein Display wirklich gemacht. Mir geht's auch, ging's gestern überhaupt nicht gut. Jetzt auch nicht mehr so ganz gut, ähm. Aber egal, es geht eigentlich noch. Ja, deswegen mach ich jetzt weiter einfach mit Wario Land, weil ich auf Wario Land Bock habe. Und irgendwie, ähm, naja, Raman 3 jetzt erstmal genug. So, der Boss hier, da hatte er den Vorteil, dass ich mich erschreckt habe, wie die, das ist, das war echt heftig, wie ich mich erschreckt habe. Das kann man einfach nicht raushauen, nein, das kann man nicht raushauen. Ähm, das ist dreimal so laut bei mir und, naja, egal, Leute. So. Das Ding soll mal herkommen. Bounce. Oh, scheiße. Bin nur stumpf hochgesprungen. Wah! Boah, liebst mich jetzt richtig so dick rotze hochziehen mit der Nase und... ...weglutschen. Aber, naja. Ah! So, das war's auch. Oh, ich stehe gut, kommt zurück. Juhu. Wah! Bada! Okay. Jukur stirbt. Hehehe. Hm, hm. Ticca, 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 ticca. Miau. Was ist drinne, Leute? Irgendwas Tolles muss da drin sein. Neues Power-Up? Bist du ein neues Power-Up? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Boah. Okay. Wer hätte es gedacht? Der Fingerknipser, der prähistorische Fußnagel und die eingefrorenen Weintrauben mussten einfach zusammenpassen. Jo. Und deswegen lassen sie erstmal ein Vulkan ausbrechen. Und ein riesiges Loch entsteht. Und wir haben einmal den West-Krater. Und die kolossale Höhle. Okay. So, äh. Gut. Dann gucken wir mal in der kolossalen Höhle rein. Würde ich mal so sagen. Bombs. Oh nein. Das Level kenne ich. Oh. Natürlich kenne ich das. Ich kenne alle Levels. Ehrlich. Alle mehr oder weniger besser. Die Eulen. Was machen die nochmal? Ah. Egal. Jedenfalls brauchen wir die erstmal nicht. Okay. Lassen wir uns runterfallen. Äh. Springen wir auf Stacheln. Und. Oh. Das Level ist verdammt nochmal richtig riesig. Oh. Muss ich auch erstmal durchblecken. Ähm. So. Dann können wir hier überall noch nicht durchbrechen. Wir brauchen jetzt ein neues Power ab. Komm. Steck mich mal. Dankeschön. Oh Gott. Schaffen wir das? Ja. Ich glaube den Minigame Clear Block müssen wir noch nicht in diesem Schlüssel hier. Wir wollen ja erstmal den grauen Schlüssel haben. Meistens ist es ja der Rot oder so. Naja. Was soll's. Also jedenfalls nicht der Graue glaube ich. Ah. Das ist der Grau schon. Bssssssssssssssss. Köh. Weiter geht's. Dü 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 dü. Bounce. Und weiter geht's hier. Nö 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 nö. Nö nö nö. Äh. Wo lang? Runter. Nicht. Rüberspringen. Richtig. Und hier gibt's nichts zu machen. Hier links springen wir rüber. Hier gibt's auch nichts zu machen. Springen wir da rechts rüber. Da gibt's auch nichts zu machen. Und. Oh Gott. Wo müssen wir lang? Ein hässlicher Roboter. Roboter. Naja. Okay. Ich glaube wir müssen da rein. Kann das denn sein? Kann das denn sein? Leute? Mal gucken. Mal gucken. Ah. Das ist die Gold Tour. Yeah baby. Aber Moment mal. Ich muss da rein. Fuck. Egal. Da fallen wir. Wow. Hey. Hat dir alles wunderbar geklappt. Scheiß Roboter. So. Hier. Go Tour. Unsere erste. In. Diesem Part. Nein. Das ist die zweite. Verdammt. Mein Kopf. Ist woanders. Wah. Ein Auge. Wow. Ich glaube also mit der Laune in der ich gerade habe. Gehe ich wahrscheinlich wohl am ehesten in die Richtung des Sarkasmus und des Ironie. Äh. Na egal. Gucken wir uns mal den Westkrater an. Oh die Musik ist ja krass. Okay weiter geht's. Da kommen wir nicht ran. Bounce. Wer da schläft hat verloren. Das festen wir doch alle. Du 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 vielleicht brauchen wir den. Also natürlich erstmal nicht. Oh da ist noch einer. Den tödlich. Hm. Den tödlich auch. Nicht. So. Bam. Okay. Wir müssen anscheinend zu ner Raupel werden. Bei uns den weghauen und. Du 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 du. Fantastico. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Und wir haben den Grauen Schlüssel. Hurra. Ja. Boah. Nähähähäh. Mach dir 이제. So, weiter geht's. Oh, Schlüssel ist auf uns, den Grauen Truhe. Den Grauen Truhe. Okay, es sieht aus, als ob wir uns zu einer Ruppe fahren müssen. Und können wir hier durch? Nein. Okay, dann geht's weiter. Jo mal, äh, so. Hier links dann. Okay, hier geht's, glaube ich, gleich nicht mehr weiter. Ganz richtig, weil wir hier runter müssen. Das kann man erkennen durch diese, äh, kleine... Ach komm, hier, ich hau mich einfach schnell durch. So. Hier nochmal durchschauen. Später werden wir noch ein Level haben, in dem wir... Den das ganze Level daraus bestehen wird, sich so den Weg zu erkämpfen, irgendwie. So. So müssen wir uns von irgendeiner Ruppe bestäuben lassen. Mal sehen. Wo geht's hier oben lang? Naja, was soll's. Komm her, Mann. Cool, Mann. So. Rollen wir ein bisschen. Bounce. 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 Oh, cool. Und schon sind wir bei der Grundruhe. Das ging ja flatter. Erstmal verlängst die Truhe öffnen, ja? Muss doch mal sein, ne? Gut. Cool. Gut, 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 gut. Tuck. Da, 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 da. Wow, noch ein Auge. Jetzt hat's, wario, boah, 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 neue Kontaktslinsen. Jetzt kann ich endlich meine Morgenszeitschrift lesen. Na, wer erinnert sich noch, wo diese Türen waren? Ach, mein, Spiel verrat doch nicht immer alles. Natürlich war's ein Turm. Geh mal schnell zum Turm rum. Ein Turm rum ist schon ziemlich lang nicht mehr, da haben wir erst nur die Graue Truhe. Cool, ey. Bam, 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 bam. Oh Gott, wir müssen das erstmal wieder machen. Okay. Diesmal bin ich ja Pro. Oh fuck, 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 okay. Das ging in die Hose. So. So, das ging jetzt aber nicht in die Hose. So, und jetzt das Wasser abkühlen. Cool, jetzt können wir endlich hoch. Denn die Tür ist nicht weit weg. Sie ist, glaube ich, schon gleich da im zweiten Stock hier. Hier, irgendwo. So, komm. Da ist sie schon, die Tür. Gehen wir mal rein. Oh, ein Fenster. Ich glaube, ich muss rot werden. Oh Gott, schaffe ich das noch? Nein, so wie es ausschaut, nicht mehr. Doch. Oh, fick dich, wir müssen erstens... Ach, Mann, ey. Okay, erst die Donutkräfte brauchen wir. Hoch hier. Ah, ihr seid wieder die Superspielentwickler. Jo, Mann, verpiss dich. Bounce. Okay, scheiße, ich kann es nicht wegkauen. Okay, noch weiter nach oben. Oh Gott. Das riecht in Ruhe. So, da, Mann. Okay, ah, ich muss nicht schon aufhören. Äh, Leute. Ne, muss ich nicht. Ah, ich mache ein bisschen weiter. Komm her, Mann. Dum, dum, bum, 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 bum. Fick dich, Mann. Ihr scheiß Donut-Bäcker, ich beleidete euch natürlich. Auf Kurs. Nee, 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 nee. Komm her, Mann. Los, Fertzag. Hey, Fertzag. Los, Fertzag. Okay, cool. Super Wario-Bomber-Bounce. Bounce. Bounce. So, geil. Das nächste Mal geht es hier weiter, Mann. Und...